Servus Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, OralemingWans und ich heiße euch heute alle wieder herzlichen Willkommen zu dieser weiteren Runde Skyrim. Heute habe ich mir eine Challenge gesetzt. Ich weiß nicht, ob wir dafür das ganze Video brauchen werden. Wir befinden uns in der Nähe eines Lagers der Riesen. Und was ich heute vorhabe ist nämlich... Oh, ich bin hungrig, ich bin erschöpft, scheiße. Scheiße ist es. Ich esse jetzt mal kurz ein bisschen... Oh, scheiße. Ich fühle mich satter und dein Magen ist gefüllt. Das ist schön, was wir... Ich glaube, ich bin ein bisschen besoffen. Auch schön ernieren wird's. Was ist denn das? Das ist Stahlschwerden, also wir... Das bringt mir jetzt nichts. Was wir heute machen werden, ist jetzt, wir jagen Riesen. Der Vorteil jetzt, den ich jetzt hier ausnutze, ist einfach, dass... Ähm... Die Riesen bleiben relativ hier da, wo sie sind. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass der... Oh mein Gott, doch, der kommt direkt auf uns zu. Scheiße. Das war der Falsche. Oh, 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 oh. oh oh der schickt mich gleich in die luft der schickt mich gleich so was von in die luft scheiß wolf greift mich an auch so moment ich habe jetzt gerade mein dings auf wir haben jetzt natürlich das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße gelaufen wieso das wieso man immer ich finde es ein bisschen kacke mit dem überlebensmodus dass ich dann nicht trotzdem eine neue stufe erreichen kann ich verbessere jetzt erst mal meine gesundheit und schmiedekunst vielleicht schmiedekunst oder gehe ich jetzt mal kurz auf den oben meine schießkunst wäre auch eine idee bedürf ich einfach erst mal 20 prozent mehr schaden oh schatze und der wartet natürlich direkt auf uns ich hole mir heute den skull von dem riesen ohne scheiß ich sag's euch wo ist denn der jetzt ich hätte etwas gehört ach da ist er ich schwöre es ich werde euch töten ah ok ne wo ist denn der riese jetzt der riese ist auch hier irgendwo stirb du schwein stirb du schwein das war schon alles wirklich ihr wollt zu den nord gehören ich weiß dass hier irgendwo dieser riese ist ich werde euch töten ich werde euch töten ich werde den schnee mit eurem blut ich werde den schnee mit eurem blut färben Du schießt schon in die Fresse. Ich mach dich platt. Komm, halt's Maul. Mit euch werde ich fertig. Wo ist er? Der raufbollt. Oh shit, der ist da. Alter, ist das jetzt gerade so geil? Ich könnte hier jetzt meinen ersten Riesen töten. Ohne Scheiß. Mit Level 5 mach ich meinen ersten Riesen, Leute. Es ist vielleicht nicht die beste Methode aller Zeiten, aber es ist eine Methode. Und wisst ihr was? Sobald ich mit dem hier fertig bin, hole ich mir gerade ohne Scheiß den Ange. Oh, ich hab's gepackt. Oh oh. Oh oh. So, man könnte jetzt sagen, war's das wert? Vielleicht. Ich habe endlich mal, ich habe meinen ersten Riesen, das muss man sich mal geben. Ich habe den ersten Riesen getötet von mir. Mit gerade mal Level 5. Und ich sag euch eins, damit wird's jetzt nicht bleiben. Ich werde jetzt auch heute, werde ich mich jetzt vorzugsweise, sag ich jetzt mal, auf die Riesenjagd begeben. Die ist anstrengend, die ist auch gefährlich. Sie ist ethisch fragwürdig. Aber sie bringt schon ein bisschen was ein. Vor allen Dingen, weil die Riesen halt auch in ihren... Oh, Alter, was die fressen hier alles haben. Die Schweine. Sieht's aus mit aktiven Effekten. Oder habe ich den? Ach, den habe ich ja gerade gar nicht drin, ne? Ähm. Einstellungen, Gameplay. Sorry, das vergesse ich manchmal. Ähm. Aber wir... Ich lege mich jetzt auch mit den Riesen an. Also ich möchte es jetzt auch heute schaffen. Wir speichern jetzt nochmal kurz schnell. Obwohl es ganz nötig wäre, aber... Ihr kennt mich, ihr kennt mich, ihr kennt mich, ne? Also ich finde das ja schon geil. Oh, und ein Bildbred haben wir auch mit am Start. Auch gut. Langbogen. Oh, shit. Da ist noch ein zweite. Leute, da ist noch einer. Da ist noch einer. Glaube ich. Hier in der Nähe. Ja! Jetzt müsste ich nur mal kurz schauen, wo du bist. Das sind zwei Riesen. Da ist er! Wo ist er? Jetzt habe ich eigentlich einen ganz guten Blick auf den. Sollte ich nicht. Da ist er unten. Der ist jetzt da unten. Ich bin. Oh, genau. Keine. Oh, я jetzt... Oh, wow. Oh, wow. Scheiße Ich bin jetzt schon wieder ausgefüllt, also bin ich schon wieder ausgefüllt Okay, der ist jetzt hier irgendwo Okay, der ist jetzt ein bisschen schwieriger wie der andere Okay, wenn man natürlich so einen Spaß macht wie ich, ist es natürlich noch schwieriger Ähm Okay Der Riese ist jetzt hier Ich versuche den Perstil zu töten Gucken ob das funktioniert, aber er sieht uns, er wittert uns eigentlich nicht Mir fehlen ein bisschen die Fähigkeiten, die Talion hat, wenn ich ganz ehrlich bin Aus Schatten des Krieges Wo ist der? Ach der ist jetzt hier drüben Oder ist das einfach nur ein Ich höre ihn auf jeden Fall Aber wo er genau ist, kann ich jetzt nicht sagen Da liegt der tote Riese Also Wenn ich jetzt ganz doof wäre Mal kurz So, ich soll hier mal einen Weg hier rausgeben Mondeisen, Kriegsachs Cool Oh, ein Äpfelchen Hab ich auch Auch geil Eisenrüstung Der ist hier irgendwo, ne? Ich werde jetzt mal schauen, wo der Riese ist Weil Nen Riesenlass schmiert es nicht durch die Lappe geht Okay, wenn ich es jetzt schlau anstelle Ich werde jetzt mal schauen, wo der Riese ist Kommt nicht rein Bin ich geisteskrank Ich bin ein Genie Ich bin ein Gottverdammtes Genie, ey Es ist total unfair gegenüber dem Riese Aber es ist mir scheißegal Ich mach den jetzt fertig Wisst ihr was? Der kriegt es jetzt auch mit Magie Es ist mir furzegal Moment Wir gönnen uns jetzt noch kurz ein bisschen Magiker Ich glaube, die sind relativ schockresistent auch Jawohl Ich töte meine ersten Riesen Mit einem so geringen Level Die Pfeile gehören mir Du Arschloch Hä, wovon habe ich jetzt zu viele Sachen Na super Ich glaube, ich habe zu viele Waffen Oh Hä? Ist es nun jetzt meine Traglast zu Essen erstmal was essen Ich habe mir die Lebensmittelvergiftung zugezogen Perfekt Ich bin satt Ich habe Riesen getötet Zwei Stück Ist ja auch was wert, ne? Ähm Wie das jetzt natürlich Ich sage jetzt mal so Äh Wir sind auch jetzt gut ein paar Level hochgegangen Leider nicht so viele, wie ich mir eigentlich erhofft hätte Aber das ist mir jetzt gerade mal relativ egal Ja, moin Wir haben immer was Was Neues Hier Jetzt startet Wir nehmen wir auch gerade mit Mondsteinschmieden Ne, wir nehmen wir auch mit den Scheißen hier, ne? Mondsteinschmieden Wir nehmen wir auch gerne mit Alles geht gar nichts Ähm Ja Jetzt muss ich natürlich gucken, ne? Ich habe mir wieder Lebensmittelvergiftung Zugesogen Ja, wunderbar Jetzt bin ich mit dem Scheiß Teller Ach ja Weil ich nämlich Unterkühlt bin, ne? Kann ich nämlich auch nicht richtig rennen Und das ist natürlich jetzt ein kleines Problem Für mich Mich zu bewegen Ähm An sich aber muss ich echt sagen Ich bin Ach da Wir müssen sogar auch herstellen Geil Wisst ihr was Die stellen wir jetzt auch einfach mal her Die Rüstung Kann ich hier da irgendwas herstellen? Hier Wahrscheinlich nett, ne? Verdammte Banditen Wir haben von allem irgendwie irgendwas Aber Dann auch wieder nett Ich will es mal kurz schauen Was in diesen aktiven Äh 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 Okay Scheint hat es trotzdem doch nichts Und ich habe gedacht Ich hätte es total Viel mehr, ne? Quatsch Was habe ich denn so viel Das mir Jetzt bin ich aber mal ein bisschen Jetzt bin ich aber mal Jetzt bin ich aber mal gespannt darauf Mondstandschwert braucht kein Mensch eigentlich Wenn ich jetzt mal genau ausnehme Ähm Was ist Ich habe doch nicht so viel dabei Tatsächlich Ach der Drachenstein Ne Das ist das größte Problem An der Geschichte Aber ich kann den jetzt gerade nicht Ich mache es jetzt mal so Aber auch mit der Blick auf die Uhr Ähm Machen wir für heute Schluss Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe es hat euch gefallen Klicke ein Abo da Und dann sehen wir uns Bis dann Haut rein Macht's gut